Heute gibt es für euch im Test die Funke A Böller P1 sind die. Sechs Stück sind in der Packung. Wir schauen uns mal die Verarbeitung an. Aber die sehen schon mal sehr gut aus. Oh, ziemlich lange, riesige Lunte eigentlich. Echt unnormal für solche Böller. Ich entschuldige schon mal meine Zitterhand. Und ja, ich bin echt gespannt, ob die auch knalltechnisch mithalten können und ob die auch schnipseln. Ich bin echt gespannt, ob die auch knalltechnisch mithalten.